Wie das Informationsmagazin Stern verrät, war per Steinbrück kurz davor zurückzutreten und konnte nur mühsam von Sigmar Gabriel davon abgehalten werden. Steinbrück hat nämlich gar kein Amtsinne, wovon er zurücktreten könnte. Er kandidiert ja erst. Er ist, wie viele wissen, Kanzlerkandidat der bekannten Partei SPD und im Herbst sind Wahlen. Wir sind alle sehr gespannt, ob er bis dahin durchhält. Er versucht ja alles. Seine Frau bringt ihm zum Weinen, das ist unser Mann. Und einen Kanzler, der auch hinschmeißen kann, das brauchen wir. Könnte aber auch sein, dass das nur ein Trick war, um Angela Merkel dazu zu bringen, es nachzumachen und auch hinschmeißen zu wollen. Das wäre noch schlauer, dann brauchen wir Steinbrück erst recht. Morgen geht's weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017